So, Halle war pünktlich. Pünktlich? Nee. Ich war zehn Minuten zu spät. Ja, echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist ja gar nicht aufgefallen, wir sind schon so gewöhnt. Ja, ja, richtig. Ist ja der Standard. Ja, wir sind heute tatsächlich zu zweit unterwegs, was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben auch zusammen immer Spaß. Ja, ungern mit dem Mitch, aber ausnahmsweise. Marcel ist krank. Basti wurde gestern vom Hund gebissen. Ole ist auf dem Dienst. Ingo wird an der Hand operiert oder wurde schon? Ich weiß es gar nicht. Nee, kommt noch. Ja, warum ist er heute nicht mitgefahren? Ja, aber er darf nicht. Ich weiß ja, Höfer geht. Okay, okay, okay. Wen haben wir dann noch? Lars ist gestern gefahren. Der ist heute auf dem Weihnachtsmarkt mit seiner Kleinen. Marcelo schwächelt, genau. Ja, wie gesagt, macht nichts. Wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Und heute werden wir auch noch mal ein bisschen auf mein neues Leben eingehen. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Jetzt gleich mal ein bisschen was einblenden. Machen wir eine kleine Aufnahme im Wald. Ich habe nichts vorbereitet, aber wie ihr wisst, ist auf unserem Kanal ja nichts Neues, dass mal ein neues Bike vorgestellt wird. Deswegen machen wir kein großes Trara raus. Also, wir sehen uns. Aber das ist ja immer New Bike Week. Ja, ja, genau. Ja, Bike für 2023. Seht ihr gleich. Bis gleich. Alle sechs Monate. Ja, Freunde. Specialized Levo. Frame Kit Custom Aufbau tatsächlich. Viele Gebrauchteile dran. Mir war wichtig, ja, möglichst, wie soll man sagen, das beste Preisverletzungsverhältnis zu bekommen. Was soll ich sagen. Ist so. Und vor allem mal wieder ein neues Bike endlich. Ja, ja. So lange her. Es hat einfach keinen Sinn gemacht, ein Komplettrad zu nehmen, weil ich einfach noch so viele Teile da hatte. Und ja. Ich bin schon mal ein bisschen auf der Halde rumgefahren. Eine Tour mit euch. Jetzt heute mit dem Ralle. Ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen Feedback geben nachher. Vor allem auch im Vergleich zum Rocky. Also, was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, ist halt, ich komme mit dem Sattel weiter runter. Das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt hier 180 Millimeter Hup bei 1,75. Kriege ich hier voll rein. Wenn die voll tief sitzen, bin ich vernünftig die Beine auf dem Boden. Ähm, ja. Und persönlich malet, merke ich auch. Nach hinten die Bewegungsfreiheit. Ich habe hier richtig Platz am Rad, ne? Fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein Trial-Bike. Ähm, ja. Aber jetzt ist nicht ganz so verspielt wie das Rocky, oder? Ne. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, jetzt so vom ersten Fahren, muss ich wirklich sagen, dass das Rocky, obwohl es eigentlich noch progressiver ist, also deutlich aggressiver ist, also deutlich aggressiver auch von der Geo, ähm, und trotz des 29er Hinterrads sich der Rocky verspielter angefühlt hat. Echt krass. Auch, äh, Wheelies, Manuals, gehen die mit dem Rocky irgendwie einfacher. Ja, klar, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen auf dem Sattel. Das geht auch alles. Aber, äh, nur jetzt im direkten Vergleich, muss ich wirklich sagen, dass die ist verspielter. Kein Scheiß. Alles andere werden wir nachher auf dem Trail sehen. Mal gucken, ob ich dann grinse oder ob ich dann traurig bin. Erste Mini-Dweller-Bfahrt heute. Mini ist gut. Ja. Was? Du? Ja, hat wieder einer für uns den Trail freigefegt. Na? Traumhaft. Ah, die Augen drehen wie Sau, ey. Ja. 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 Annen Tag, Hänen würde nächsten Mal gehen. Ja. Wenn da jemandecke funktioniert, können wir alle schauen? Ja. Ja. Da praticamente ist sicher nicht Interessant nhiều. ja ich glaube das können wir schon sparen hier ja jetzt muss man am Ende auftämmen ja ja da machen wir nur einen tollen Marsch mit aber geil in dem Schnee, wenn man so den Weg schaut, sieht man auf der Kämme nicht geil aus das ist ja noch nie da brennt es wie so ein Irrer laufen lassen Junge was denn hier? das ist neu Anlieger sogar jetzt hier, mein Gott wir sind am pedalieren wie ein Irrer hier da sag ich ganz ehrlich, hier ist der Rocky Wendiger obwohl ich noch nicht mal in der flachen Position bin das ist gut drauf das ist gut drauf die ersten bilder vom neuen rad wie gesagt framekit specialized levo generation 3 modell 21er modell jetzt die besagte link light schaltgruppe von shimano 11-fach ultra schwer aber ich bin total begeistert wirklich ist natürlich nicht so ein bling bling zeug von swam kennt keine frage aber mir ist funktionalität besser wichtiger genau ich schwör auf shimano bremsen i love it in kombination mit den twigstuff hd dächle scheiben traum von dosierbarkeit und kraftrauch die urins habe ich günstig geschossen muss ich sagen er hat letztes mal 2017 gefahren und muss jetzt schon sagen ist einfach ein geiles fahrgefühl ist anders als man das von fox und rockchocks kennt man hat irgendwie so das gefühl hat man in einem offenen ölbad fährt also die alten hasen unter uns die kennen das gefühl kann genau sattelstütze 180 millimeter komplett rein total geil also ich kann wirklich bei meiner körpergroße 180 millimeter hochfahren die stütze rein machen ach so ich soll die stütze rein machen ich will jetzt hier nicht nur aber ich setze mich gleich mal drauf also ich kann sonst immer nur 150 millimeter fahren und hier im lebo tatsächlich 180 millimeter ja der dämpfer kommt noch ein keul dämpfer rein von push den habe ich bestellt das wird noch ein bisschen dauern der hat noch 5 wochen lieferzeit ja dann bin ich auch fertig meine bewährten laufräder deti swiss die habe ich noch da gehabt das schwöre ich wirklich drauf ja asse geil mein absoluter lieblingsreifen fahr ich im sommer wie im winter kann ich nur empfehlen ja ansonsten was kann ich sonst noch sagen ja erster fahrindruck also ich habe es jetzt hier auf dem stück gerade gemerkt also muss dazu sagen ich kann es noch in flach fahren ich fahre es in high also mit der kurzen kettenstrebe und vorne fahr ich in flach das ist in etwa so die geo wie es jetzt auch das rocky hat nur dass das rocky noch tiefer ist was mich aber auch gestört hat bei dem rad weil ich ständig aufgesetzt habe echt massiv und rast das hockey ist definitiv weniger kein scheiß kann ich jetzt wirklich so sagen also auf dem trail merke ich das war ich generell sehr gut und vielleicht war gerade was weg hätte ich nicht gedacht aber alle gibt auch gut gas heute ja schauen wir mal muss noch ein bisschen warm werden aber ansonsten super leise motor ist schön schick ist es ja auf jeden fall gefällt mir auch mittlerweile die farbe muss ich könnt ihr mal in die kommentare schreiben ich habe vorhin gesagt mit dem geld der rölin ach so ja sollte eigentlich weiß werden die events hier also das geld mit dem wenn es immer maxis bleiben mit geld hat wenn ich immer hier werden da unten gelb wir haben hier geld wir haben da oben gelb so ein paar kleine verabschubung ist eigentlich cool ich mag ich würde es lassen ich habe doch mal was ihr sagt vielleicht muss ich mal ein spacer noch runter gehen und ich habe tatsächlich so ein paar vorderradrutscher gehabt ich weiß nicht wie sieht es bei dir aus doch besser heute als letztes mal vor zwei wochen wo ich da komplett abgefuckt bin ja also ich habe heute eigentlich ganz gutes gefühl obwohl das war so peinlich dass ich dass ich kein video darüber gemacht habe weil wir wollen den rallye ja nicht vergrauen ich war so scheiße ja ansonsten ich schwöre auf die ganzen mechanischen komponenten ihr seht ich habe überleitung ich habe kabel dieses ganze elektro gedöns brauche ich am rad nicht das ist alles günstig ersetzbar sein ja gut dann habe ich jetzt ein bisschen aber das wurde ich ja guck mal hier ist natürlich immer specialized auch finde ich halt immer geil bei den motoren für specialized display hier drin mini remote hier hat bosch jetzt ja auch gelernt muss ich mal kurz einwerfen das ist jetzt auch früher der horror mit diesem hier war mal ganz kurz vergleich wer es nicht kennt aber kennt jeder das ist bosch hier riesig riesig auch keine sau ich setze mich noch mal drauf und dann machen wir mal eben einen spacer runter damit ihr auch seht was ich meine ich habe wirklich ich habe ein gutes verhältnis zu beinen und oberkörper ist bei mir sehr ausgeglichen aber ich bin halt kein riesen und guckt euch das an ich kann mich ins rad setzen richtig satt auf dem boden wenn du jetzt mal irgendwie ins trudeln kommst oder so ist kann mich super geil abfangen das habe ich zum beispiel bei dem kenevo sl nicht gehabt also ich finde das echt wichtig diesen tiefen sattel finde ich extrem wichtig ich auch für mich wirklich ausschlaggebend ja es gibt viele bikes die können das nicht ja wie das kenevo sl obwohl ich den s2 gefahren bin und das ist mir so wichtig wirklich auch das rot will das hat glaube ich auch so ein riesen so eine riesen strebe oben kommt da nicht richtig runter ja ansonsten mama hoch fahrposition bei dem ist schon ein ordentlicher brello 180 mm hoch konnte ich bis jetzt noch nie fahren da bin ich richtig glücklich gemacht also die one up sattelstütze kann ich auch nur empfehlen die kostet 200 euro und du kannst den hub variieren wenn jetzt 150er kaufst kannst du bis 120 reduzieren in schritten wenn du 180er kaufst kannst du von 180 auf 150 runter gehen und wenn du eine 210er kaufst kannst du von 210 auf 180 rüber gehen das heißt also wenn ihr irgendwo zwischen den größen seit ist das die perfekte sattelstütze und die ist auch noch leicht und kurz so freunde ich habe jetzt mal den vorbau 1 spacer also 5 mm tiefer gesetzt schauen wir mal ob ich es jetzt schaffe am rallerrand zu bleiben es ist heute ganz schön flucht unterwegs ja ok ok ich bin bereit ich bin bereit das gefühl her sage ich jetzt mal habe ich auf jeden fall ein bisschen mehr grip jetzt also war ein bisschen besser aber schnell bist du trotzdem immer noch die gabel ja 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 du hast du hast mehr Druck am vorderrand ich muss ja immer sagen ich bewundere das ja dass du den 1 spacer merkt ich merke das ich glaube ich kann meinen ganzen turmel wegnehmen ich merke nichts na doch das merkst du also entweder ist der brose schlapp oder ich bin schlapp ey der fährt mich schon wieder weg was ist mit dir heute morgen hast du gut gefrühstückt oder hast du endlich mal wieder gebumst du rufstest du mal wieder ran sorry gar nicht gesehen ja fliegt die berge heute hoch scheiße hab ich mich verkauft hätte ich doch mal den bursch genommen den linken fahre ich jetzt mal vor und den rechten fahre ich hinterher mal gucken ob ich den rallye jetzt hier abhänge mal gucken die lane ball hört da nicht ja richtig was ist das? alles gut? ja alles gut alles gut achso der hat den flow weg der rönt schon nicht mehr warte mal gucken ah da ist er der rönt schon nicht mehr der rönt sich doch mal hier so der kleine rönt sich doch ey moi der hört sich doch nicht hören alles gut alles gut alles gut bist du da? ja ja heute ist gut heute ist gut gut gute kondition hä? hier ist doch was anderes neue line das ist neu war ne neue line ne? was? das war ne neue line jetzt gerade hier? ja ja komplett anders geführt ja anders ja ja ich glaub schon hab ich mich letztes mal ich hab doch nur nachgedacht hab ich letztes mal auch gehabt warum hast du das auch getrennt oder was? nein was war denn los? ja drauf weggerutscht mit dem vorderrad aber auf dem ding? ja auf dem holz ohne bremsen? ja na gut da musst du rüberspringen ohne die Wurst zu ja ja richtig richtig gut klappt ne? boah ich stand in der Bremse und wäre nur schneller geworden weißt du was das Problem ist? immer wieder weggerutsch oi ja 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 jetzt hast du mir aber irritiert hier mal gucken wie ich wieder rankomme wir sind schon bekloppt ja das ist auch so ein geiles ballaststück hier wir werden langsam Freunde Frauen kommt und hier 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 fast trocken ne? abgezogen! wie läuft so die Schnoller hier runter? nicht brennen sein hier! fahren! ja ich sag ja da ist er mührt das hat mich fast gekillt ja aber die geht von alleine finde ich ich hätte gerade tatsächlich ein bremsfinger problem schnelles outro wir sind echt durchgefroren haben jetzt gerade hier noch von den locals ein leckerchen bierchen verpasst bekommen das war nice aber kalt! aber kalt! bierchen schmeckt besser wenn es wärmt! wir machen mal warmes butterbier bei so einem wetter ja Fazit zum levo macht Spaß wir werden langsam freunde demnächst wird es öfters mal ein video zum levo geben und das vor allem im doppelpack weil Marcel fährt ja auch ein levo genau wir sind die levo brothers auf jeden fall richtig cool also hier trotz nass trotz schnee ich fand es gut wir haben richtig gut grip gehabt wir konnten richtig geil fahren auf jeden fall richtig spaß gehabt auf jeden fall ja das basier habe ich nach unten gesetzt mindestens auf 15 mm dann vorbau ja hat es echt gebracht das gefühl war auf jeden fall viel viel besser und ja demnächst wird es auf jeden fall nochmal ein großes Fazit geben Hala hast du noch was zu sagen? bis kalt! bis bald! ciao! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.